Ich bin Freunde, es ist Zeit, ganz offiziell, das Händchen zu ficken. Ja, und da ist der Event schon. Diese Woche schon? Echt? Ist er jetzt schon dran? Ja, scheinbar, sonst wäre er nicht hier. Die Handelskammer ist eröffnet, meine Freunde. Das gucken wir uns doch gleich mal ganz genau an. Willkommen hiermit zu TabTab Heroes. Eine kleine Sache in eigener Geschichte. Ihr habt wahrscheinlich, der eine oder andere hat es wahrscheinlich schon gesehen. Es wurde ein Zelda-Video auf meinem YouTube-Account gepostet. Das wird jetzt häufiger leider Gottes dann doch passieren. Allerdings immer eine Woche nach der Live-Ausstrahlung auf Twitch. So, soviel dazu. Wer da Lust drauf hat, noch ein bisschen mehr Hühner-Fick-Stories zu hören, der darf da doch ganz gerne mal reingucken. Würde mich freuen. So, aber nach wie vor, YouTube bleibt, was Streams angeht und auch hauptaugenmerkmäßig TabTab. So, ja, 100 von diesen Karten und 4 Hammer. Das hatte ich ja anfangs der Woche schon erwähnt. Dann Team Arena Platz, 10 erreicht. René, mein Vorhautbruder, mega geil von dir. 10. Platz. Vor zwei Wochen waren wir noch auf der 88. Vielen Dank dafür, für deine Mühe. Echt geil. Ewig nicht mehr so gut platziert gewesen. Aber da sieht man ja, wo es hinführt nach dem T5-Update. Und das kommt natürlich auch noch dazu. Und wenn man dann jemanden hat, der sich da ein bisschen reinhängt und ein bisschen guckt, dann klappt das auch. Wenn ich irgendwie ein Team angeführt habe, dann war das nicht so prickelnd. So, das Video wird jetzt ein bisschen länger. Tut mir leid, ich mache gerade meine Dailies nebenbei. Gucken wir uns gleich natürlich den Event ein bisschen genauer an. Und werden dann, in der Form hier habe ich das noch gar nicht gehabt, sehe ich gerade. Das ist das erste Mal. Dann schauen wir uns im Anschluss natürlich die Miracle-Eis-Pulse an, die ich euch besprochen habe. Für Baal. Beziehungsweise das machen wir wahrscheinlich sogar vor dem Event noch. Ich sammle nur gerade die Dailies ein, wenn es recht ist. Es wäre ganz lieb, wenn ich das darf. Ich hoffe, bei euch die Woche war weitestgehend in Ordnung. Wie sieht es mit Content aus für die nächsten Tage? Morgen. Also morgen ist ja schon Samstag offiziell. Auch wenn für mich noch Donnerstag ist, weil ich noch nicht geschlafen habe. Das mache ich jetzt gleich. Moment, dieses Wochenpaket ist auch wieder da. Genau, das muss man mitnehmen. Denkt ihr auch mal dran. Gute Erinnerung. Ja. Dann gibt es am Samstag noch das Video zum One-Piece-Server. Den Gipfel habe ich diese Woche mal ausfallen lassen. Ich glaube nicht, dass es jede Woche nötig ist, ein Video dazu zu machen. Das, denke ich mal, ist auch genug, wenn man das alle zwei Wochen mal macht. Freya ist jetzt in der Upchest übrigens. Ja, habe ich mir jetzt einfach mal so gedacht. Kann man ruhig mal auslassen. Muss nicht jede Woche sein. Vor allen Dingen, dass ich immer noch mit meinem Rücken ein bisschen kämpfe. Diese Woche dann doch noch mal seit Mittwoch zu Hause bin. Ändert sich aber bald wieder. So, hier ist kein neuer Shop dazugekommen, sehe ich gerade. Okay. Ich mache gerade nur die Dailies. Es ist fast erledigt. Ich mache noch zwei Random Arena Kämpfchen. Und dann sind wir eigentlich auch schon so gut wie durch. Und dann würde ich sagen, beginnen wir auch gleich mit dem Wichtigsten. Nämlich den Miracle-Eyes-Pulse. Und den Event gucken wir uns dann im Anschluss auch noch an für denjenigen, der dann möchte. Würde ich sagen. Die meisten werden jetzt für die Pulse, denke ich mal, das Video gucken. Vielleicht da gar nicht groß dann auf die Folter spannen. 100 Stück kriege ich hin. Mehr leider nicht. Tut mir auch leid. Ich kriege einfach den Kram nicht zusammen. Oh, hier muss ich aufpassen. Ich glaube, meine Taverne hat es sich gesättet. So ist es. Da müssen wir doch gleich mal Augen rechnen. Rechnen wir mal Augen. Ich habe 120 Miracle-Eyes jetzt gerade zur Hand. Die Ehrenliga. Da kann ich nachher erst die Wette abgeben. Für Wette abgeben kriege ich, glaube ich, auch noch mal was. Oder? Genau. Zwei Augen würde ich noch dazu bekommen dadurch. Ohne, dass ich jetzt richtig wette. Das sind dann 122. Also zwei von den 80 würde ich da bekommen. So wie hier. Wo ist es? Da noch mal 10. Das sind 12. Dann würde ich hier 3 sind 15. 19, 25. Maximal 35 Augen hier raus. Von 80. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Selbst wenn ich richtig wetten würde. Das kriege ich nicht geschissen. Das tut mir natürlich leid. Ich habe mir eigentlich gewünscht, ich würde die Geschichte mit den Wunderaugen komplett zwei Runden ziehen können. Weil es gibt Ball. Das wisst ihr ja. Total geil. Lohnt sich absolut zu pullen. Absolute delicious. Wie da so ein Käsemann sagen würde. 6 fucking Runden kann man pullen, wenn man da Bock zu hat. Das ist eine ganze Menge Holz. Also wer jetzt genug Augen hat und 6 mal Ball pullt. Glückwunsch dazu schon mal direkt. So, dann wünsche ich euch auch viel Glück bei eurem Puls. Ich mache jetzt meine. Ich hoffe, ich ziehe das eine oder andere da schön. Ball natürlich klar auf der Wunschliste, wenn ich noch einen kriegen würde. Würde mich aber auch über eine Skalt noch definitiv freuen. Ich gehe auf Himmel Hölle. Mach 100 Puls. Drückt mir die Daumen, dass ich wenigstens einen geilen Fünfer noch so dazwischen habe. Das wäre natürlich noch richtig nice. So, Feuer frei die ersten Szene. Wir lassen sie wieder langsam laufen wie beim letzten Mal. Das ist schon was her. Ja, ein paar Fünfer-Scharts haben wir schon mal. Das ist schon mal ganz nett. Tauschen tun wir auch gleich, ja. Was haben wir hier? Oh, jetzt habe ich mich zu schnell gedrückt. Eine Freya. Läuft das Video überhaupt? Ja, das läuft. Eine Freya ist natürlich edelst geil. So. Das waren dann jetzt schon mal 30. Freya, was heißt edelst geil? Es ist kein Ultra-Held, aber es ist gut für meine Push-Geschichten, um die T8-Geschichte weiter voranzutreiben. So, je nachdem sind es dann 40 Puls. Da ist leider nichts bei rumgekommen. Jetzt machen wir die 50 voll. Nochmal ein paar Fünfer-Scharts. Okay. Das ist leider sonst nichts mehr. Die 60. Also Halbzeit ist überschritten. Na komm schon, Baby. Gib dem Papi was Gutes. 70. Komm, 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 komm. Come on. Please. Ah, fuck. Okay. Die 80. Keine Brünnhild, kein Siegurt, kein nix. 90. Noch eine Freya. Okay. Okay. So, machen wir die 100 voll. Naja, immerhin, zweimal Freya. Ich meine, das ist jetzt nichts weltbewegendes mehr, so eine Freya, aber so hier hole ich mir meine Sachen mal ab, aber ich werde es euch jetzt gleich zeigen, die holen wir uns auch direkt mal hier raus, Double Freya, bing, so, Bargum auch schon mal raus. So, ich mache die Fünfer-Scharts gleich auf, nicht aufregen. Jetzt habe ich da unten meine drei Freyas und ich habe Freya schon auf T7. Ich kann die jetzt tatsächlich auf T8 machen, wenn ich die restlichen goldenen Seelen kriege. Das habe ich. Ich brauche nur einen davon. Das würde gehen, aber da müsste ich mir irgendein anderes Zehner-Opfer für bauen. Das ist Mist. Und die hätte ich. Fucking amazing. Bargum, was ist mit dir? Was brauchst du? Du hast ja noch nicht mal den Grünen frei. Du könntest direkt, ja, ich bräuchte einen anderen Sechser. Höllenheld, das würde aber gehen. Ich kriege auch hoch, also ich brauche eigentlich goldene Seelen jetzt. Ansonsten fucking amazing geil. Oh, das haben wir auch schon. Wie viele goldene Seelen habe ich überhaupt? Die gehen so langsam voran, das ist ja grauenhaft. Ernsthaft, das dauert voll ewig. Also ich will keine 500 Gems für 2000 Seelen verballern. Aber das kriegen wir noch hin. Okay, okay, okay. Moonstounds reichen nicht. Kisten habe ich die. Aber ich kann doch hier einfach so eine Sechs-Sterne-Kiste rausholen. Ja klar, kein Problem. Machen wir. Jetzt wird das mal getauscht. Wir tauschen mal in der Fraktion Horde nochmal. Also braun für Kurt und Phoenix. Denn es gibt ja Kurt nächste Woche im Key-Event. Moment, das muss ich auch nochmal bestätigen. Ja. Da tut der eine oder andere Kurt mehr nicht weh. Deswegen empfiehlt sich das natürlich auch. Machen wir auch. Also Feuer frei. Das sind 19... Coole Zahl. 19 Stück. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Mit Lula nehme ich mit. Das ist ein gutes Opa. Und dann die Fünfer-Schatzlechner öffnen. Genau. Ich habe es immer noch vergessen. Tut mir leid. Riley, nee. 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 Nein. Das war früher echt besser, diese Tauschen. Früher hat man öfter mal so einen seltenen Held gekriegt. Wie viele Phoenix habe ich mir damals eintauschen können. Auf meinem alten Account. Ach du Jesses, Maria und Josef. Schwertmeister, nein. Leck mich doch am Arschloch, ey. Entschuldigung. Dann nehme ich den nächsten Doktor an und fick dich. So. Fünfer-Schatz in Braun. Was haben wir da? Nichts Schönes. Im Blau, was haben wir da? Nichts Schönes. Und hier nochmal zwölf, na elf Stück. Come on. Oh, ein Leo hat sich hier rein verlaufen. Cool. Coole Sache. Habe ich überhaupt schon ein Leo hier auf dem Account? Und das ist der Erste. Leo der Erste. Okay. Ja, stimmt. Hier hatte ich ja nicht gepullt oder sonst was. Okay. Okay. Also Keypools nächste Woche könnt ihr von mir erwarten. Ich kriege drei Runden zusammen. Davon können wir mal ausgehen. Oh, habe ich Eideln ausgesetzt? Ich habe Eideln aussetzen verpasst, ne? Ich tram depp. Oh, bin ich dumm, Junge. Oh, bin ich dumm, Junge. Bin ich dämlich. Egal. Ich mache den Rest vollständig später. Ich will mir ja mal gerade hier das angucken. Wie das hier nochmal war. Das war das. Ah ja, genau. Da drückst du auf den Square Hammer und dann gibt der dir Angebot. Und hier ist diese Tauschaktion. Der bei der Masse. Bestätigen. Wähle eine Tasche aus. Ja. Ich muss eine Tasche auswählen. Ich nehme die mal. Das war die. Dann kriege ich aber die Zusatztasche. Ach so, es gibt eine gewisse Chance, die Zusatztasche noch zu kriegen. Für ein Zehner. Nee. 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 Okay. Wechseln. Jetzt muss ich aber mal gerade gucken. Handle mit dem Cobalt. Belohnungen zu erhalten. 20% die Chance, zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Ja. Führer Handel durch und eben noch wechseln. Tipps. Jeden Tag hast du eine kostenlose Chance. Die kostenlose Chance wird null oder aktualisiert und wird nicht gestapelt. Du kannst 50 Edelsteine. Während des Events kannst du maximal 10 Mal Handel durchführen. Jede Art von Transaktionsliste kann ein bis drei. Okay. Davon habe ich auch genug da, ne? Ja klar. Nee. Ein scheiß Viererschart fehlt mir. Willst du mich verarschen? Du kleine Scheiße, du. Echt jetzt? Das können wir ganz schnell irgendwie hier betricksen. Hier. Zu viel dazu, mein Freund. Fick dich in den Arsch. Ich tausche jetzt nochmal. Ich mache jetzt den Tausch nochmal. Ich bestätige den. Nehme mal die Tasche. Oh, da habe ich alles gekriegt. Wie geil. So, jetzt mache ich nochmal. Bing. Ja, ja, ja. Ist mir klar. 10 Silberkäs. Wieder ein goldener. Wieder. So kannst du die Scheine sammeln, Leute. So können wir Scheine sammeln. Ich kriege aber nicht genug Silberkäs. Außer ich habe meine Taverne noch. Ist okay. Ist erstmal okay. Ich will ja nur zeigen, was möglich ist. Ich will euch das jetzt nicht alles vorspielen hier. Machen wir mal hier den Square Hammer. Und da sagt er mir schon, was es so gibt. Ich habe auch vorhin gesehen, es gibt hier unter anderem rote Dosen zum Eintauschen. Also Fotodosen in Rot für Gelb. Und es gibt auch rote Skinshots für Gelb. Davon habe ich massenhaft. Also da ist Verschiedenes möglich. So, mit dem Handelskämmerschen Arsch. Das lasse ich jetzt einfach. Ich stelle noch einmal. Ragnarok, das wird mir gefallen. 3.900 Stück. Das ist genau das, was ich haben will. Das will ich noch haben. Dann muss ich da irgendwie darauf hinarbeiten. Gucken, ob es irgendwie möglich ist, ohne Geld auszugeben. Ich will nämlich kein Geld ausgeben. Das wollen wir mal schön sein lassen. Gucken wir mal. Gut. Das wäre das Video für heute. Ich mache die noch auf. Okay, hätte das klappen können. Wünsche ich euch einen schönen Freitag. Also einen schönen Start ins Wochenende. Bleibt gesund und bis dann. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Tschüss.